Alle Hände voll zu tun mit dem Kampf gegen Drogendealer. Seit 2010 ist die Rauschgiftkriminalität in Deutschland um etwa 40% gestiegen. Mehr Drogen, mehr Abhängige. Und die trauen sich oft nicht in Hilfsprogramme, weil sie zuerst eine Straftat zugeben müssten. Deshalb fordert SPD-Politiker Karl Lauterbach. Zumindest bei Haschischkonsum wäre ich für eine Entkriminalisierung. Die Händler bestrafen, aber die Konsumenten nicht. Das hielte ich für richtig. Dabei steigt die Zahl der Drogentoten an. Im ersten Halbjahr 2020 starben 662 Menschen durch Drogenkonsum. 13% mehr als im Vorjahreszeitraum. Mehr als 50% der Opfer konsumierten Heroin oder Morphin. Eine liberalere Drogenpolitik auf Basis dieser Zahlen nicht möglich, findet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Es wäre völlig unverantwortlich, den Cannabiskonsum freizugeben. Weiche Drogen sind oft der Einstieg in den Drogensumpf. Allerdings zeigen einige Länder, dass es durchaus eine Lösung sein könnte. In Portugal ist der Besitz gewisser Mengen weicher und harter Drogen seit 2001 entkriminalisiert. Nur noch eine Ordnungswidrigkeit wie Falschparken. Die Anzahl der Drogentoten hat sich seither halbiert. Die Drogenpolitik in Deutschland beruht auf Prävention und Strafverfolgung. Auf der einen Seite richtig, finden Therapieforscher. Aber... Trotzdem sind Maßnahmen, die die Konsumentinnen und Konsumenten aus der Kriminalisierung herausholen und es ihnen ermöglichen, niedrigschwellige Hilfe anzunehmen, sicherlich etwas, was helfen kann. Es wäre allerdings ein Experiment am Menschen, das gut gehen kann, aber eben nicht muss. Das ist ein Experiment am Menschen, das gut gehen kann. Das ist ein Experiment am Menschen, das gut gehen kann.